Backcountry's King ist nicht nur die traditionellste Art des Skilaufs auf der Welt, sondern im Prinzip auch eine perfekte Möglichkeit, deine Umgebung rund um dein Haus und auch die entlegensten Gebiete der Welt auf Ski zu erkunden. In unserer brandneuen Adventure-Kollektion bieten wir zwei Segmente an. Zum einen die OTX-Kollektion und zum anderen die Transnordic-Kollektion. In dieser Kollektion bieten wir auch ein komplett neues Design. Das Hauptelement ist dabei der Arctic Circle, sprich der nördliche Polarkreis, der um die ganze nördliche Hemisphäre reicht und somit das verbindende Element über den Globus darstellt. Bekannt in unserer Adventure-Kollektion ist das Easy-Skin-System. Durch den Skidurch fixiert man einen kurzen Fellstreifen, der entweder über der Wachszone oder über der Crown-Steighilfe positioniert wird und so im steileren Gelände für noch mehr Grip sorgt. Die Transnordic-Kollektion ist im Grunde genommen auch bekannt aus der Vergangenheit. Es waren die Modelle E89, E99, die werden durch diese neue Kollektion ersetzt. Auch hier haben wir unterschiedliche Modelle vom Crown-Modell über Wachsmodelle hin zu Easy-Skin- und Twin-Skin-Modellen bieten wir hier eben diese große Vielfalt an. Schmale Skier, mit denen ich im flachen Gelände gute Touren machen kann, bis hin zu etwas breiteren Skiern, die sehr robust sind und lange Touren mit schwerem Gepäck ermöglichen. Somit kann ich mit diesen Skiern wirklich die Welt erkunden.